Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Let's Play Nether. Mein Name ist David und wir werden jetzt zusammen das noch relativ neue Survival-Game zocken. Es ist so ähnlich wie DayZ, also es geht eben in die Richtung DayZ, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, für die, die das Spiel noch nicht kennen. Ich bin momentan alleine, man kann das natürlich auch mit mehreren Leuten zocken, ganz normal wie DayZ auf einem Server. Aber momentan bin ich noch alleine, habe keinen Mitstreiter, aber das wird sich vielleicht noch im Laufe des Projektes ändern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, ich habe an dem Charakter jetzt nicht viel geändert, den Urban Warrior 1 habe ich hier. Habe ihn nur in schwarzen Pulli verpasst, das war nicht irgendwie cooler. Und da würde ich sagen, labern wir nicht mehr viel, sondern starten direkt rein. Eins zeige ich noch, das ist das einzige, was wir momentan haben, ein Messer. Mehr haben wir noch nicht, aber ein Mann ohne Waffe ist kein Mann, deswegen haben sie uns ein Messer gegeben. Vielen Dank an den Entwickler dafür. So, haben wir schon mal mehr als in DayZ. Wie, alles klar, da würde ich jetzt aber auch wirklich sagen, dass wir da jetzt mal rein starten in das Spiel. Also, Nether spielt in einer postapokalyptischen Welt und keine Sorge, am Anfang, wenn ich auf dem Server joint, habe ich immer kurz Frame-Einbrüche und danach läuft alles ganz flüssig, wenn die Welt dann mal geladen hat. So, ja man sieht es hier schon, definitiv eine postapokalyptische Welt, die extrem geil aussieht, wie ich finde. Die Grafik ist definitiv gut und auch das Level-Design oder das Map-Design ist ziemlich awesome. So, und jetzt gilt es zuerst mal irgendwie Sachen zu finden. Also, es kommt jetzt, kommt das gleiche bei raus wie bei DayZ. Wir müssen jetzt erstmal Sachen finden, nicht unbedingt nur Waffen. Die wären natürlich sehr hilfreich, aber auch Essen und Trinken und so ein Zeugs, das wäre durchaus von Nützen. So, Inventar ist auf, genau auf I. Gut, nur, dass ich das mal weiß. So, das ist blind. Ich bin nur einmal kurz reingejoint, um mir das so ein bisschen anzugucken. Um die Steuerung mal so ein bisschen auszutesten. So kann ich sprinten. Mit C kann ich mich ducken, beziehungsweise sogar hinlegen, glaube ich. Ne, nur ducken. Okay, egal. Wir suchen jetzt Zeug. Hier müsste doch eigentlich irgendwo was sein, oder? Guck mal, so ein riesiges Lager ist. Nur Müll, kann ich den Müllbeutel vielleicht irgendwie aufschneiden? Moment mal. Can fire in a safe zone. Ja, super, ich wollte auch nur den Müllsack aufschneiden. Und ich wollte auch gar nicht schießen, sondern nur mit dem Messer. Okay, hier ist also safe zone. Ah, hier kann ich... Oh, hier kann ich ja mal was kaufen, oder was? Tatsächlich. Aha. Ja, natürlich. Momentan geht da nichts, weil wir noch gar nichts eingesammelt haben. Ach, sieh meine an, da laufen auch noch andere Kollegen rum. Gut, dass wir in der safe zone sind. Sonst würden die mich jetzt vielleicht gleich abschlachten. Also, ich bin mal gespannt. Es ist ja schon ein klein bisschen anders als DayZ vom Grundprinzip her selber, aber dann doch ein bisschen anders. Es gibt auch scheinbar wesentlich geilere Monster als in DayZ. Also nicht nur ganz normale Zombies, sondern eben auch wirklich geilere. Teilweise auch gefährlichere als einfach nur Zombies. Aber, das macht ja nichts. Ich habe jetzt auch nicht vor, direkt im ersten Part einer Horde Feinde gegenüber zu stehen. Egal, ob das jetzt Monster sind oder gegnerische Spieler. Sollen wir mal in den Untergrund gehen, die U-Bahn? Ob das so intelligent ist, weiß ich nicht. Nur mit dem Messer bewaffnet. Boah, da lässt sich direkt der ganze Sound. Kann ich hier so einen Sack aufschneiden? Nee. Gut, also bisher haben wir schon mal nichts gefunden. Aber wir spielen ja auch erst seit vier Minuten. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Tipps geben. Wie gesagt, das ist blind. Falls ihr Nether schon öfter, länger und mehr gespielt habt. Oder einfach mehr Erfahrungen, keine Ahnung, durch andere Let's Plays in dem Spiel habt. Könnt ihr mir gerne ein paar Tipps geben. Weil ich bin, wie gesagt, total unerfahren. Das sind meine ersten Minuten in diesem Spiel. Das Spiel kostet übrigens 19 Euro. Auf Steam und ist, glaube ich, auch noch Early Access. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube schon. Also zumindest die Version, die ich gekauft habe, die kostet 19 Euro. Es gibt noch eine teurere. Da kriegt man dann irgendwie noch Nether Gold, mit dem man sich Sachen kaufen kann. Und noch, ähm, Keys für Freunde, die man denen dann geben kann. Dann können die irgendwie drei Tage zocken. Waren es drei Tage? Ich glaube, ja, 72 Stunden. Hoppala. Ui. Ich würde mal gerne Geld abheben. Scheiße, aber hier. Ich höre doch schon irgendwo was. Woah, fuck. Alter. Hier gehen wir mal schnell wieder raus. Äh. Woah, fuck. Scheiße. Es war definitiv keine gute Idee, hier runter zu gehen. Folgt das Vieh mir jetzt? Alter Vater. Ich höre es immer noch, oder? Woah. Ich höre das Ding auf jeden Fall mal immer noch. Aber ich sehe es nicht. Woah. Ist hier immer noch da das Ding. Woah, weg hier in die Safety Zone. Alter, toll. Ich starte direkt mal in dem Spiel und finde sofort so ein scheiß Monstervieh, ey. Hätte ich das jetzt platt bekommen mit meinem Messer? Wahrscheinlich eher nicht. Huh, erstmal die Safe Zone retten. Der hat ja, der hat mich mal schön ausgelacht, der Kollege hier. Denkt der Vollnoob, alter. Stirbt hier fast. Er ist schon ein bisschen länger dabei. Der hatte schon irgendwie eine AK in der Hand oder irgendwie sowas. Huh, alter Faller geht das hier direkt mal ab, ey. Also das Vieh hat definitiv schon mal gefährlicher ausgesehen als ein Zombie aus DayZ. Das muss ich schon mal sagen. War definitiv schon mal geiler designt. Ich gehe da mal irgendwo anders hin. In eine andere Richtung. Nicht direkt wieder zu dem Vieh. Sondern orientieren wir uns mal irgendwie um. Gut, dass wir so nah an der Safety Zone waren. Komme ich da durch? Ne, scheiße. Dadurch das Loch werde ich auch nicht passen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ich bin nicht mehr bewaffnet als nur einem Küchenmesser. Scheiße. Da, Rotz. Hier sind gar... Da hinten, in den Häusern ist doch bestimmt was. Vielleicht auch in der Karre hier. Bei DayZ habe ich das Glück, da hat mir Michael, mit dem ich da zusammengezockt habe, ein bisschen was erzählt. Dass ich da in Elektro super viele Sachen finde. Und dann habe ich in Elektro super viele Sachen gefunden. Aber wo jetzt hier so die Ballungsgebiete von Gegenständen sind, weiß ich nicht. Aber ich gehe ja auch mal davon aus, dass das in Häusern der Fall ist. Vorne ist irgendwie so ein Denkmal, so eine Statue. Dann gucken wir doch einfach mal, ob wir in dieses Haus da reinkommen. Oh, die Treppe kann man gar nicht ganz hoch gehen. Das hier mal enttäuschend. Ah doch, wenn ich springe. Aber ich komme nicht rein, ne? Ne, fuck, da kommen wir nicht rein. Schade. Schade, schade, schade. Der eine Spieler hätte mir auch mal können was schenken. Der hat doch genau gesehen, der Typ hier ist gerade erst, der rennt mit dem Messer da rum. Achso, da muss ich jetzt auch nicht hoch gehen. Der rennt mit dem Messer da rum, der hat nix drin. Der hat gerade erst angefangen. Aber gut, ich würde mein Zeug auch nicht an Wildfremde verschenken. Schon gar nicht, wenn die mir, sobald ich die Safety Zone verlasse, in den Rücken schießen könnten. Da ist ja alles drin. Nichts ist unmöglich. Toyota. Da hat es wohl irgendwen gekostet, oder? Da liegt doch... Da ist wer drauf gegangen. Gucken wir uns die nochmal an. Vielleicht können wir da irgendwie was mitnehmen. Ein gebratenes Fleisch, oder so. Okay, das ist kein Gothic 3, aber wurscht. Oh, guck mal, ein Kinderwagen. Den können wir jetzt auch nicht mehr gebrauchen. Also, wer hier in dieser Welt noch ein Kind bekommt, das dann in dieser Scheißwelt aufwachsen muss, ist auch assi. Wie bei The Walking Dead. Naja. So. Schauen wir uns hier mal weiter um. Ich hoffe mal... Huh, da vorne rennt was. Da vorne rennt was. Jetzt wird es nochmal dunkler. Ist es jetzt einfach, weil es Nacht wird, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder ist aber schlecht, dass es Nacht wird. Scheiße. Das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht so gut. Ich würde eigentlich ganz gerne den Charakter hier über mehr als ein Part retten, was das Leben angeht. So, da vorne müsste irgendwo das Vieh sein. Dann gehen wir da schon mal nicht hin. Sondern gehen wir hier... Alter, alles zerstört hier. Aber es sieht echt super geil aus. Also, die... Das Map-Design gefällt mir mega. Sieht richtig awesome aus. Grandios. Echt super gemacht. 1A. Ja, wo gehen wir hin? Sollen wir da hinten zu der Kirsche gehen? Also, da gehen wir definitiv schon mal nicht mehr runter. Das wäre jetzt eine andere U-Bahn, aber... Was haben wir denn hier? Ein Mülleimer. Ja, Taschenschlampe oder sowas habe ich ja auch nicht. Dass wir mal Licht machen könnten. Oder ein Feuerzeug. Oder Streichholz. Aber das hier hat auch noch so ein bisschen Horrorelemente, finde ich. Also, irgendwie ist es hier wesentlich gruseliger, als es in Daysee der Fall ist. Gut, vor allem, weil Daysee bin ich ja immer tags am Spielen. Dann ist es ja auch immer hell. Noch ein Kinderwagen. Schade. Dachte, es wäre ein Rucksack. Das wäre natürlich wesentlich besser gewesen. So, dann gehen wir mal hier in Richtung Kirsche. Also, es sieht mir doch mal schwer aus wie eine Kirsche oder ein Dom oder sowas sogar. Oh, hier könnten wir noch ein bisschen Basketball spielen. Du bist kein Feind. Nee, das ist ein Mülleimer. Okay. Sorry, Mülleimer, dass ich dich mit einem Feind, einem Monster, verwechselt habe. Oh, die Ketten von den Dingern sind aber ab. Alter, aber was ist... WTF spielen wir Lille Brutana oder was? Wie hoch ist bitte dieser Basketballkorb? Wer soll denn da drankommen, Alter? Guck mal, wenn das jetzt die normale Höhe ist, wenn, sagen wir mal, wir sind 1,80 groß oder so. Alter, wie hoch ist das Ding? Alter, was... Waren da schon genmanipulierte Menschen unterwegs oder was, die da im Basketball gespielt haben, die 4 Meter groß sind oder wie? Alter, ist ja mal mega krass. Alter, die sieht richtig awesome aus, die Kirsche. Oder Dom, whatever. Da hinten ist ein Feind. Oh, guck mal, da hinten ist noch eine Tankstelle, oder? Sieht doch so aus wie eine Tankstelle. Die hat auch irgendwie gerade kurz geleuchtet. Aber da hinten jumpt so ein Monster rum, deswegen will ich da jetzt mal nicht hingehen. Gehen wir doch nicht zur Kirsche, Leute. Machen wir uns da auch zur Tankstelle. Das ist, glaube ich, irgendwie auch das bessere Ziel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei so einer Tankstelle, dass es da was abzugreifen gibt. Vielleicht auch hier. Das sieht mir aus wie so eine kleine Bar. Also, was heißt eine Bar? Also, so ein Verkaufsladen. Wie nennt man das? In einem Markt. Hier gibt es Zeitschriften. Will ich aber nicht. Vertrocknete Kaffeetassen. Ist auch nicht so mein Ding. Was haben wir hier? Oh, eine Toilette. Ah ja, sehr gut. Aber nicht im Let's Play. Nicht, wenn ihr zuschaut. Das mache ich dann nachher offscreen. Erledige ich dann mein Geschäft. Ja, da hinten jumpt es immer noch rum, das Monster. Okay, das kann da scheinbar auch irgendwie nicht weg. Ich glaube, das ist da so ein bisschen gefangen. Und hier geht er jetzt gerade... Ah, guck mal. Da ist wenigstens noch ein bisschen Beleuchtung an. Vielleicht finden wir dann hier irgendwas. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese... Aha! Quickspeed Energy Bar. Ach so, müssen wir gedrückt halten. So, das haben wir jetzt. Das sieht mir doch sehr nach einem... Gibt es ja nicht in der Beschreibung. Consume. Okay, das wird wohl ein Energy Regal sein, oder? Wenn ich mich nicht irre. Schätze ich jetzt mal. Energy Bar sollte das auch heißen. Aha, okay. Immerhin haben wir jetzt schon was zu essen gefunden. Noch beschwert sich hier niemand, dass wir... Also der Charakter beschwert sich ja noch nicht, dass wir Hunger hätten. Bei Daisy wären wir jetzt schon kurz vorm Tod gewesen. So hungrig wären wir jetzt. Nach 13 Minuten. Das finde ich hier schon mal besser. So. Was haben wir hier? Nichts mehr. Schade. Aber immerhin schon mal ein Energy Regal gefunden. Habe ich nicht gerade was gehört. So ein Knacksen. Guck mal, wie teuer die Benzinpreise waren. Okay. Der Post-Apokalp ist... Alter, ist teuer, ne? Ist teuer, durchaus. Oder was... Oder... Okay. Man weiß natürlich auch nicht... Alter, wie hell ist das jetzt auf einmal? Ob das Euro sind oder vielleicht auch... Das weiß ich. Yen. Oder so. Oder... Lampuckische Thaler oder sowas. Keine Ahnung. Man weiß ja nie, wo wir hier sind. Also ich weiß ja nicht, wo... Alter, hat mir der Pfosten gerade Angst gemacht. Dach, da werden Vieh direkt neben mir. Wir wissen ja nicht, wo wir hier sind. Mal gucken, ob wir da vielleicht reingehen können. Auch nicht. Also scheinbar kann man gar keine Türen öffnen. Ich will den ersten Part jetzt übrigens eine halbe Stunde halten. Und die restlichen Parts dann eine Viertelstunde. Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Da waren zwei Viecher, Alter! Einen so viel, dass da rumgerannt ist. Und das andere hat sich irgendwie teleportiert. Also das eine, das war das Tele... Wow! Fuck! Wow! Alter! WTF! Leck mich am Arsch! Das ging flott! Alter, ich hab das Vieh gar nicht gesehen, ey! Das war wohl scheinbar so ein Teleport-Ding. Okay, wir versuchen es einfach nochmal mit einem neuen Charakter. Alter! Oh, ho, 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 ho! Leck mich doch einer am Arsch! Der Wahnsinn! Krass! Äh, ich hab das Vieh gar nicht gesehen! Ach, ey, die sind ja mal hart! Und auch irgendwie zwei Hits, obwohl unten stand, ich hätte noch 1000 Energie, glaube ich, nach dem ersten Hit. Zumindest hab ich das mal so... Okay, wir sind jetzt definitiv woanders gespawnt, nicht direkt bei der Safe Zone. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden sehen... Dann haben wir verkackt, jetzt ist aber wenigstens Tag. Vielleicht sind am Tag auch irgendwie weniger Leute unterwegs. Und ich werde auch definitiv versuchen, ähm, einen Mitspieler zu finden, der dann mit mir hier durch die Ländereien von Nether läuft. Vielleicht wird sich da jemanden finden, jemanden, jemanden finden im GameStar-Netzwerk. Irgendwer spielt bestimmt netter. Ich glaube, ich weiß auch schon jemanden, der das zockt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich frag den dann mal, ob er es spielt und ob er, ob ich bei ihm mitspielen darf, kann. Und dann werde ich vielleicht auch noch einen Mitspieler finden. Wollte aber den ersten Part definitiv mal alleine verbringen. Denn ich wollte mich, bevor ich da mich irgendwem anschließe, der schon voll den Plan hat, erstmal selbst ein klein bisschen wenigstens hier an das Spiel gewinnen. Hoppala, jetzt hab ich hier... Okay, ein Frame, ein Bruch schon mal. WTF. Die Wand da vorne steht auch nicht mehr ganz gerade. Und das hier sieht so aus, als wäre in Minecraft da ein bisschen was weggesprengt worden. Ist das hier ne... Oh ne. Ich dachte, da wird ne Waffe rausgucken aus dem Taxi. Aber das war natürlich keine Waffe. Also ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Welt, die Spielwelt gefällt. Also ich find's wie gesagt super. Ich find die super designt. Gefällt mir. Gefällt mir. Daumen hoch. Like. So. Ich glaub hier waren wir schon mal, oder? Bei dieser Häuser... Oder? Ne, kann eigentlich nicht sein, weil hier waren wir definitiv nicht. Das... Alter... Wie viele Kindersitze liegen hier rum? Ah ne, das sind keine Kindersitze. Das sind Tragetaschen. Ne, Tragekörbe. So heißt's. Aber auch in rot. Geh mal da hinten hin. Da ist ja irgendwas. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was das darstellen soll, diese Kuppel da oben. Ich mit meinem dummen Gehirn weiß das nicht. Hier liegt nichts. Liegt da vielleicht irgendwas hier auf der Veranda? Ne, auch nicht. Okay, unser alter Charakter hatte einen Powerriegel. Das... Können wir von dem neuen jetzt leider noch nicht sagen. Ach, hier komm ich gar nicht raus. Wie kacke ist das denn? Oder komm ich da irgendwie drüber? Ne, das ist ja mal blöd. Shit, da müssen wir außenrum nochmal laufen. Können eigentlich auch mal grad sprinten. Man kann zwar nicht unendlich lang sprinten, wie man unten rechts sieht, aber so ein bisschen. Können wir das ja mal machen, um hier die Zeit so ein bisschen zu verkürzen. Was ist denn das da hinten? Irgendwie ein Müllhaufen oder was? Ach, das ist bestimmt so ein Reifensilo. So ein riesiger Haufen voll mit Reifen. Also ein riesiger Haufen aus Reifen. So, was haben wir denn da hinten? Fuck, fuck, fuck! Wo war das, die? Vieh, Vieh. What the fuck? Da hinten hat man es gesehen. Oh, Rotz! Weg hier! Oder sollen wir mal? Ich bin eh so gut wie... Alter, das sind zwei, das schaffen wir nie. Aber hier bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Das sind ja sogar drei. Weil ich nicht mehr sprinten kann. WTF, was für ein Rotz. Direkt zwei Tode für den ersten Part? Aber die Viecher sehen geil aus. Das muss man sagen. Ja, jetzt kann ich wieder sprinten. Und weg hier. Weg hier. Einfach nur weg hier. Jetzt fängt das auch noch an zu ruckeln hier. Ich glaube, es hackt. Oh, wir sind an dem coolen Ding da angekommen. Auch wenn, naja, ich jetzt gar nicht da hin wollte. Ah, die Dinger sind immer noch hinter mir. Und da kann ich schon wieder nicht... Oh, jetzt müssen wir schon wieder nicht sprinten. Jetzt müssen wir hier ewig lang vor denen weglaufen. Weil mit dem Küchenmesser kann ich definitiv nichts gegen drei anrichten. Wenn es jetzt einer gewesen wäre, hätte ich gedacht, komm, scheiß drauf. Wir haben eh noch nichts gefunden. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie weit man kommt mit so einem Küchenmesser. Aber gegen drei Dinger... Jetzt ist einer da vorne. Soll ich selbst nicht, wo ich hinlaufen soll? Scheiße. Ich glaube, die haben mich irgendwie so ein bisschen umzingelt. Wow, fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, definitiv habe ich jetzt etwas abgezogen bekommen. Also es ist nicht bei 1000 geblieben. 80 Schadenspunkte. What the fuck? Was für ein Vieh. Alter, erinnert an Left 4 Dead so ein bisschen weg. Hier da hinten ist wieder die Kirsche. Wow. Keine Chance. Keine Chance, meine Damen und Herren. Scheiße. Fuck. Okay. Also der erste Part von Nether. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich es dann doch. Es sind jetzt nur 20 Minuten geworden. Aber das macht ja nichts. Ähm, das war jetzt suboptimal. Könnte man auch besser abschließen, sage ich mal. So im ersten Part. Zweimal gestorben, schade. Mal gucken, was mir so im nächsten Part gelingen wird. Und wie gesagt, ich versuche dann irgendeinen Mitspieler zu finden, mit dem ich dann durch die Welt von Nether streifen werde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung in den Kommentaren würde ich mich auf jeden Fall freuen, damit ich auch weiß, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran. Und tschüss.